Das ist so lecker. Das ist so ekelhaft. Das ist so lecker. Schatz, was machst du da? Das sind ganze Eiswürfeln. Um 3 Uhr nachts. Ja. Du bist verrückt. Das schmeckt. So Baby, dein Schenken-Kaiser-Croissant wie gewünscht. Dankeschön. Oh Leute, was gibt es eigentlich schöneres als Schenken-Käse-Croissant am frühen Morgen? Was geht ab, meine Freunde? Und welcome back zu einem neuen Video. Und in diesem Video, eines meiner Lieblingsvideos, ernährt sich mein Schatz wieder mal einen Tag wie ich und seine schwangere Freundin. Viel Spaß bei dem Video, meine Freunde. Ja, genau. Also die letzten zwei Tage, meine Freunde, sind bei euch ja brutal angekommen. Ich glaube teilweise 400.000, 300.000 Reviews. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an jeden einzelnen. Scheint wohl interessant zu sein, wie ich esse. Ja, das scheint wohl interessant zu sein. Und heute, ja, muss ich wieder das essen, was meine schwangere Verlobte ist, was Jodi ist dementsprechend. Und wir befinden uns gerade in der 35. Schwangerschaftswoche. 35. Schwangerschaftswoche. Heute früh Lust. Heute früh hatte ich mal wieder Lust auf Schinken-Käse-Cosso. Was ganz Neues, wobei ich sagen muss, das ist echt lecker, ne? Ja. Es ist schon, das triggert dich, das ist so ein Trigger-Food seit Anfang an bei dir, ne? Ich bin ja gespannt auf unsere Kleine, dann irgendwann auch mal so sehr draufsteht. Ich bin gespannt, ob du draufstehst nach der Schwangerschaft, ob du überhaupt noch Bock hast. Stell dir mal vor, du sagst danach, ey, ich habe gar keinen Bock drauf. Ja. Aber heute hatte ich mal richtig Lust auf Brötchen. Auf ne gscheide Brotzeit. Auf ne gscheide Brotzeit. Wir haben hier nämlich Geflügel-Motardella, Paprikawurst mit Butter, Schinken mit Butter, Fleischsalat. Ich bin ganz ehrlich, ich esse eigentlich meine Brötchen nicht mit Butter, sondern immer Raw. Oder mit Frischkäse. Ich esse das gern. Und heute hatte ich total den Spielen auf Buttermilch. Ich habe neulich auf Instagram ein Bild gepostet, in dem es um Gelüste ging. Und da schrieb eine, sie hatte total Bock auf Buttermilch. Und dann dachte ich mir so, ja, ich auch. Ich erinnere mich nicht, weil ich das letzte Mal Buttermilch getrunken habe. Also es kommt auch, manchmal kommt das echt aus Nichts. Judy auf einmal, ich habe Bock auf. So wie heute Nacht. Auf einmal sitzt sie da und isst ihre Eiswürfel. Das war vor ein paar Tagen, sagte sie, Schatz, ich brauche Eiswürfel. Das war irgendwie um 12 Uhr. Ich sagte, bist du verrückt? Also es war halt, ne, Leute, das ist halt real, was ihr hier seht. Das ist halt nicht irgendwie so. Ich habe die ganze Zeit Bock auf Eiswürfel. Ich habe die ganze Zeit Bock auf Eiswürfel. Aber Schatz, ich habe jetzt ehrlich gesagt echt Hunger. Wollen wir essen? Ich auch. Aber warte mal, ich muss eigentlich das essen, was du isst, ne? Ich habe ein Küsschen. Es muss sogar in derselben Reihenfolge in den Magen kommen, wie bei dir. Damit es wirklich gleich ist heute. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich Buttermilch feier, ne? Trinkt man das pur? Echt? So einfach pur? Ja. Ist wie Kefir. Schreibt mal in die Kommentare, das Buttermilch ist so euer Ding. Also, ich feiere das nicht, mein Schatz. Ich schon. Nee, das ist gar nicht meins. Meine Mom finde ich auch gern. Echt? Mhm. Also, ich fand es bisher sehr lecker, muss ich sagen. Bei Jodi passt gerade nicht so viel auf einmal rein. Ich glaube, ich muss sogar noch deins aufessen, ne? Meine Augen waren größer. Und die Augen waren größer wieder als der Magen. Mhm. Zu viel Baby und zu wenig Magen. So, ich muss jetzt, glaube ich, echt abbrechen. Tut mir sehr leid, weil du musstest das jetzt essen. Aber ich kann einfach nicht mehr. Aber tatsächlich ist das so, dass es dann nicht lange dauert, bis ich dann wieder Hunger habe, weil das auch schnell wieder verdaut ist. Und ich habe auch schon eine Idee, was es dann zum Mittagessen geben wird. Boah, da bin ich ja auch mal gespannt. Auf jeden Fall ist du jetzt noch mal fest. Oh. Hau rein. Toll. Mit Gehangen, mit Gehangen. Ich glaube, alle schwangeren Frauen fühlen Jodi gerade. Es ist ja nicht so, dass wir gerade aufgestanden sind. Satt und müde. Satt und müde. Jetzt erstmal ein kleines Nickerchen, ne? Muss ich jetzt auch schlafen? Ist heute ein Tag wie ich. Du benimmst dich ja nicht wie ich. Das wird sonst ein bisschen... Einer muss ja noch real bleiben. So, gerade von meinem Schläfchen erwacht. Und jetzt plagt durch die Lust auf etwas ganz Bestimmtes. Schaut mal her, was wir noch für Schätze im Kühlschrank haben. Ja. Die gibt's jetzt. Hehehe. Schatzbeer. Futter. Das denn? Ja. Okay. Schatz essen wir jetzt. Fein, oder? Aber vor dem Mittagessen? Hehehe. Ist okay. Wollen wir dich gerade zum Mittagessen? Bin ich 5? Toll. Mama hätte damals gesagt, vor dem Mittagessen gibt's nix Süßes. Mama, wenn du das siehst, kann doch gar nicht dafür. Und Tochter, falls du das siehst, mach das nicht nach. Du bist schuld. Schatz, magst du mir wenigstens jetzt mal sagen, was wir zum Mittagessen? Ich weiß das immer noch nicht. Ich hab Bock auf einen Döner-Teller. Einen Döner-Teller? Ja. Oh, bitte nicht. Die sagt nicht, wir müssen jetzt rausgehen und einen Döner-Teller kaufen. Nee. Ich glaub, ich mach den selber. Ich hab Sachen dafür da. Echt? Ja. Also Art Döner-Teller, ne? Aber ich hab Kühlrost, meine ich, noch da. Und ein bisschen Gemüse hab ich auch noch im Kühlschrank, also. Oder? Achso, ich darf dich ja gar nicht fragen. Du musst ja einfach essen. Hehehe. Also es gibt Döner-Teller. Punkt. Echt lecker aus, Baby. Na? Ich dachte, du zauberst hier sonst was. Aber erzähl mal den Zuschauern kurz. Es ist doch sonst was. Was erwartest du? Du hast hier... Ich dachte, jetzt kommen die gelösten pur. So Döner-Teller mit Ultra-Pommes, Reis oder sonst was. Nee. Du hast mich aber überrascht. Ich hab ja... Es gibt ja auch noch was zum Abendessen und wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Was haben wir denn hier überhaupt leckeres? Wir haben hier ein Hähnchen-Gyros. Dann haben wir Tzatziki und einen schönen bunten Salat hab ich gemacht. Oh, ich liebe rote Paprika vor allem. Ja. Und dazu gibt es bei uns natürlich koffeinfreien, zuckerfreien Schwippschwapp. Ja. Das ist lecker. Guter Stuff. Ja, also das ist echt guter Stuff. Ich hab richtig Bock drauf. Schön auf Low Carb jetzt mal. Ja. Nach den saftigen Brötchen, die ich für dich aufessen musste. Ich hab überlegt, ob ich noch Reis dazu mache. Aber ich dachte, es ist mir echt ein bisschen zu viel. Ich bin echt gespannt, dass es zwei Damen gibt. Oh, ich probier das mal erst mal. Ich hab schon was Teuflisches im Sinn. Ach, ich liebe diese Tage. Wegen mir könnten wir nur noch diese Videos drehen. Ich find die gut. Es ist echt lecker, Leute. Geil. Das hast du echt gut gemacht. Ja. So simpel, schnell und ja, schmeckt geil. Und nicht viele Kalorien. Ja. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich. Seid ihr solche Couch-Tisch-Esser oder Esstisch-Esser? Wir ja leider schon, ne? Wir leider schon. Das wird sich aber auch, glaube ich, bald ändern. Mit der Kleinen müssen wir das ändern. Ja, wenn die Kleine da ist, dann werden natürlich hier gute Tischmanieren beigebracht. Dann wird auch am Tisch gegessen. Ich liebe es sogar eher am Tisch zu essen. Bloß, wenn man nicht so ein richtiges Esszimmer hat, so einen großen Tisch, so dann... So einen massiven Tisch. Ja. Wir haben so einen Ikea-Tisch. Ja, wir haben so einen kleinen da... Ihr kennt den ja aus den Videos, wo wir immer die Food-Videos dran drehen, die Tests. Ja. Aber auch das ändert sich, glaube ich. Schrei es mal in die Kommentare. Wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Es schmeckt echt geil. So, mein Schatz, hier ist der Einkaufszettel. Du gehst jetzt los und kaufst das alles an. Okay. Alles, was da drauf steht, bitte genau das und nicht schon wieder irgendwelche Faxen. Eier, Emmentaler, Gouda. Was ist Limburger? Das ist Stinky-Kee. Was? Apfelmus, Mehl und Oliven. Kannst du mir erklären, was das bitte für eine Einkaufsliste ist? Was siehst du dann? Fetika! Was ist das? Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr wisst, was das ist, bevor ihr in die nächsten Sequenzen schaut. Freunde, ich bin mindestens so gespannt wie ihr, was gleich auf den Tisch kommt. Ich habe echt keinen Plan. So, mein Schatz, jetzt quäle ich dich noch ein bisschen. Bock? Nein. Definitiv nicht. Leute, das ist kein Scherz, Leute. Wisst ihr, wie sehr ich Oliven hasse? Soll ich euch sagen, wie sehr ich Oliven hasse? Ich liebe Oliven. Eine Gabe für dich. Es war mir so klar, dass genau heute, an diesem Tag, sie auf einmal wieder Lust hat auf Oliven. Okay, komm ich nach vorne. Warte. Geht's? Ja, geht. Danke. Der Bauch ist immer schwerer, ne? Bitte begießt unser neues Sofa nicht. Oh, sonst weiß ich. Nix passiert, nichts passiert. Ist alles hier runtergelaufen? Nö, nö. Bisschen Spaß muss das sein. So. Oh, komm schon. In Ernst? Das ist kein Scherz, ne? Also ich stell mich nicht an. Ich hab das letzte Mal vom Video gekotzt. Fairness muss sein. Prost. Ne, warte. Jetzt isst sie doch. Die riecht schon so richtig so dieses säuerliche. Gott sei Dank ist da eine Mandel drin. Die sind so geil. Das sind die von Penny. Die sind so lecker. Das ist so ekelhaft. Nein. Das ist voll geil. Ich will die nicht kauen. Ich will die nicht kauen. Ich schluck runter. Ich will die nicht. Oh, sieht man das? Ich hab Gänsehaut, glaub ich. Ich schwöre, solltest du jemals eine Challenge gegen mich verlieren? Möchtest du zur Strafe ein Glas Oliven essen? Das wäre die optimale Challenge-Strafe. Oh. Also. Boah. Wie kannst du das essen? Das hat keinen Spaß. Also. Liebst du Oliven? Stehst du drauf? Ich schwöre es euch. Ich hasse Oliven. Das schmeckt so... Ich hab ja drei gegessen. Nein, komm schon. Das sind jetzt... Nein, mach keine... Nee. Kannst du bitte... Geh in die Küche und mach Abendessen, Frau. Wolle mal nicht so sein. Oh, ich hab lieber Bock aufs Abendessen, was auch immer ich da eingekauft habe. Bist du dir da sicher, dass du da Bock drauf hast? Ja, Apfelmus und Eier oder so. Pfannkuchen? Krieg ich Pfannkuchen? Nee. Keine Ahnung. Da war Käse noch dabei, ne? Käse-Pfannkuchen? Naja, wir lassen uns mal überraschen. Wenn man nicht wüsste, was das ist, könnte man denken, es ist auch so ein Kartoffelauflauf oder sonstiges geiles. Käse-Spätzle. Käse... 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 Käse-Spätzle. Käse-Spatzen. Käse-Spatzen. Original Allgäuer Käse-Spatzen. Original Allgäuer Käse-Spatzen. Original Allgäuer Käse-Spatzen. Okay. Was hat Apfelmus damit zu tun? Das begreife ich gerade nicht so. Das kennen die Insider wahrscheinlich. Also das... Ja, das isst man bei uns so. Echt? Ja. Also... Ist halt eine Variante, das so zu essen. Ich find's geil. Echt? Und manche das nicht so feiern, aber ich find's geil. Ich hab's noch nie so gegessen. Also du hast sie ja schon mal selbst gemacht. Aber mit Apfelmus, das ist mir neu. Aber ich muss euch gestehen, als ich das gerade schon aus der Küche gerochen habe, dachte ich, da hab ich Bock drauf. Boah, das ist aber richtig saftig. Boah! Käse-Din! Schön auf unseren neuen Teppich. Der sowieso schon dreckig ist. Oh! Oh! Saftig. Schatz, gleich hat's unser Sofa, unseren Tisch und unser Teppich abgekommen. Egal! Ja, spätestens wenn die Kleine da ist, ist hier sowieso alles voll geschissen und voll gespuckt. Ich will eine richtig große Portion aufgetammelt sehen, ob ich so viel gebaut ist. Oh Leute, seht ihr das? Ist das auch gar nicht so schwer zu machen. Boah! Ja, wenn man es kann. Ich mein, Sport ist auch nicht so schwer, wenn man es kann. Das ist immer so die schlauen Sprüche von weißt du, eigentlich ist nicht so schwer. Wir können die Teller tauschen. Aber Leute, ich möchte euch das mal zeigen. Jetzt zieh ich das mal rein, wie ultimativ saftig das ist. Das ist so, boah, geil! Brutal! Also da kommt jetzt Apfelmus einfach so rüber. Nee, ich guck mal daneben mache ich das. Aber du kannst das auch machen, wie du möchtest. Ist man das so im Allgäu? Ganz kurz dazu. Judy kommt ursprünglich aus dem Allgäufall. Für alle, die es noch nicht wissen. Deswegen ist es für sie ein Leibgericht. So sagt man das, ne? Ja, ein Heimatgericht. Ein Heimatgericht. So, also das ist daneben. Und dann isst man das mit dem zusammen, oder? Ja. Entschuldige mich jetzt schon mal. Ich glänze wie Speckspatt, aber ich habe mich schon abgeschminkt. Ihr müsst das ertragen jetzt. Also Kässpätzle? Kässpatzen. Kässpätzle. Kässpatzen. 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 Ja, das war gar nicht so schlimm. Kässpatzen. Okay. Probieren wir mal Kässpatzen. Kässpatzen sind geil, aber mit Apfelmus mag ich auch. Aber mit Apfelmus fahre ich das nicht. Was? Ja. Du hast einen Löffel gegessen. Ja, das muss sofort knallen, oder? Okay. Jetzt ist auch definitiv unser Teppich voll. Also Schatz, super gemacht. Schmeckt brutal. Apfelmus ist nicht so ganz mein Ding. Aber ich esse jetzt die Schüssel, glaube ich, trotzdem auf. Ja. Boah, ich bin echt pappen. Jetzt schlafen. Jetzt schlafen wieder. Mein Leben besteht momentan echt nur. Wie heißen diese Tiere? Ich wollte schon sagen Maulwurf. Faultier. Das kann man aber nicht sagen. Oh, das ist echt schies. Das tut mir leid. Ich bin immerhin in die Küche gestandelt. Aber Apfel besteht ihr Leben echt. wobei man muss sagen du bist richtig fleißig auf youtube wir produzieren ja vier videos die woche also von daher wir geben echt gas check auf jeden fall unseren zweitkanal wenn nicht sogar mehr wenn uns nicht einfällt wir müssen ein video noch mal drehen oder nach produzieren für die woche drauf von daher meine freunde vor produzieren genau schreibt mal bitte in die kommentare was ihr zukünftig hier sehen wollt und wenn ihr mehr zu unserer schwangerschaft erfahren möchte erster link unten in der beschreibung auf jeden fall abschnecken du bist du merkst du isst was und dann gehst du gleich komplett kopf aber auch so lecker und julie hat gerade kleine süße senkwen die gar nicht klein und so süß sind deswegen schließen wir das video an dieser stelle ab und verabschieden uns bei euch wir hoffen euch hat das video gefallen und dann sehen wir uns bald wieder wenn es wieder heißt food 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 ich könnte aber auch jetzt ich schneide jetzt dieses video damit ihr das morgen um 10 uhr sehen könnt könnt ihr mal sehen hier fulltime job